Für mich war damals das Produkt der ausschlaggebende Grund, das Business zu starten. War das bei dir auch so? Ja, das kann ich richtig gut verstehen. Mir ging es nämlich ähnlich. Ich habe diese Produkte probiert und habe gesehen, was für eine Wissenschaft dahinter steckt, dass da eine Forschungsfirma hinter steckt, dass wir patentierte Produkte haben. Und dann haben die mir auch noch so, so gut getan und habe dann festgestellt, dass wir eigentlich in einem wirklichen Megatrend sind, wenn es um Nahrungsergänzung geht, wenn wir damit unseren Körper unterstützen können. Und das hast du sicherlich auch so empfunden. Ja, also für mich war das damals wirklich so, ich habe das gleich einfach ausprobiert, weil ich dachte, das will ich auf jeden Fall probieren und habe dann erst später mich damit beschäftigt, was eigentlich dahinter steht. Und das ist eigentlich das Interessanteste daran, dass man sieht, da steht eine Firma dahinter, die hat 14 Wissenschaftler angestellt, die die ganze Forschung für uns machen. Die haben eine eigene Forschungsrichtung gegründet dafür. Es gibt darüber Kongresse und dass es wirklich etwas ist, was Weltpatente hat, dass es zertifiziert, regelmäßig. Die kriegen jedes Mal wieder neue Auszeichnungen dafür. Und da ist mir erst klar geworden, was das für ein Riesenpotenzial ist und dass es natürlich klar ist, dass das eine Basis ist, mit dem man wirklich sein Business auch unterstützen kann und worauf man ein Business aufbauen kann. Was ich auch so toll finde, ist, dass die immer weiter forschen auch. Da habe ich gesagt, okay, ich merke an mir, wie viel mir das bringt. Und das ist so wissenschaftlich begründet und hinterlegt. Das ist perfekt. Das ist einzigartig. Es hat sonst niemand, niemand anders kann das auf den Markt bringen. Niemand anders hat das in den Händen. Es wäre ja eigentlich blöd, damit nicht zu arbeiten. Ja, das stimmt. Das geht mir genauso. Vor allen Dingen auch, als ich festgestellt habe, dass die Wissenschaftler aus allen möglichen Bereichen kommen. Das geht eben aus der chinesischen Medizin, aus der westlichen Medizin. Und diese Verbundenheit einfach zeigt einfach, was für eine Kraft dahinter steckt. Auf der Produktseite, so wie du eben sagst, das Alleinstellungsmerkmal, aber einfach auch auf der Businessseite, die ich dann in zweiter Linie für mich entdeckt habe, wo ich einfach sagen kann, es kann uns nichts Besseres passieren. Weil wir haben ein einzigartiges Produkt. Und dann haben wir eben eine Firma, die immer wieder investiert und innovativ ist. Und wir befinden uns auf einem absoluten Megatrendmarkt. Ja, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, dann sieht man das ja auch. Es macht Sinn, sich damit auch mal zu beschäftigen, wie groß das ist, wie das boomt. Alle Menschen oder viele Menschen haben einfach auch verstanden mittlerweile, wie wichtig das ist, für sich zu sorgen, für die Gesundheit zu sorgen und eben auch einfach einen gesunden, ausgewogenen Lebensstil zu haben und sich da auch zu unterstützen. Dass man einfach aktiv und fit durch den Tag gehen kann. Vor allem auch Sport, das ist ja der Trend auch überhaupt. Und auch das finde ich so genial, dass diese Firma auch guckt, auch was ist gerade Trend, wo sind gerade die Interessen und sagen, okay, dann packen wir da unsere gesamte Forschung drauf und bieten den Menschen, die hier mit arbeiten, eben auch noch wirklich perfekt darauf abgestimmte Produkte an, die wir dann wieder auch den Menschen anbieten können. Und dann eben diese Business Opportunity zu haben im Background ist für mich einfach komplett. Denn Gesundheit ist das Allerwichtigste auf allen Ebenen. Ob das jetzt im Einkommen ist oder auf der Gesundheit körperlich, dass wir das alles hier mit vereinbaren können, ist für mich grandios. Finde ich auch.